Am Abend sitzt Michael auf dem Bett in seinem Zimmer und betrachtet neugierig das Bilderbuch. Seine Taschenlampe liegt neben ihm. Michael schlägt das Buch auf und sofort redet es los. Hallo, ich bin Billy, das Bilderbuch. Erschrocken fällt es Michael aus den Händen. Aua, jammert das Bilderbuch. Sei bitte vorsichtiger. Michael nimmt das Buch und öffnet es erneut. Auf der ersten Seite ist ein Bild von einem Planeten. Das Meer ist blau, das Land gelb, orange und grün und ein Vulkan spuckt rote Lava aus. Das ist ein sehr bunter Planet, findet Michael. Das ist himmelblau, erklärt Billy. Dort gibt es Elfen, Zwerge, Piraten, Riesen und viele weitere magische Wesen. Auf der einen Seite des Planeten scheint immer die Sonne, auf der anderen nie. Cool, sagt Michael und blättert um. Das nächste Bild zeigt einen Leuchtturm. Der in den Farben des Regenbogens bemalt ist. Den kenne ich, ruft Michael. Der war im Astloch. Das ist der Leuchtturm der Abenteuer auf Himmelblau, antwortet Billy. Dort lebt Purzel mit seinen Eltern. Michael blättert staunend weiter und erkennt eine Taschenlampe, die wie seine aussieht. Das ist eine magische Taschenlampe, erklärt das Buch. Schaut man in ihr Licht, reist man nach Himmelblau. Wirklich? Ja, in der Lampe ist ein Kristall aus reiner Magie. Michael will jetzt die Lampe ausprobieren. Er betrachtet im Schein des Vollmondes, der durch sein Fenster hineinschaut, interessiert die Taschenlampe. Er drückt aufgeregt und mit klopfendem Herzen auf den Schalter und schaut in das Licht. Plötzlich ist er umgeben davon und hat das Gefühl zu fliegen. Unter sich erkennt er die Erde, die immer kleiner wird. Über sich sieht er einen blauen Stern, der langsam näher kommt. An ihm rasen gelbe Flecken vorbei. Er folgt ihnen mit dem Kopf und beobachtet erstaunt, dass sie unter ihm rot werden. Er spürt, dass er immer schneller wird. Sein Körper wird in die Länge gezogen und er kann seine Beine nicht mehr sehen. Ihm wird schwindlig, als sich alles um ihn herum dreht. Aber dann steht er auf einmal auf festem Boden. Mit seinen nackten Füßen fühlt er feuchten Rasen. Als er versucht, sich zu bewegen, wird ihm erneut schwindlig und er fällt hin. Als er sich erholt hat, steht er schwankend wieder auf. Er bemerkt in einiger Entfernung einen bunten Leuchtturm und erkennt ihn als den, den er durch das Astloch der Eiche gesehen hat. Dahinter sieht er das Meer und hört die Brandung. Am Horizont entdeckt er ein paar Segelschiffe. Michael ist nur mit seinem Schlafanzug bekleidet, aber es ist ein wunderschöner Tag. Es ist warm und am blauen Himmel ziehen weiße Schäfchenwolken vorüber. Er nähert sich neugierig und mit wachsender Begeisterung dem Leuchtturm. Dabei geht er über eine Wiese und passiert eine große Eiche. Als er den Eingang des Turms erreicht, stürmt ein Elfenjunge heraus. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Hallo Purzel, ich habe dein Bilderbuch und das hat mir erklärt, wie ich herkomme. Da bin ich aber froh, dass du Billy gefunden hast. Ich verliere oft mal was, sagt der Elfenjunge erleichtert. Ich leih ihn dir auch gerne noch etwas aus und jetzt komm mit, dann zeige ich dir den Leuchtturm der Abenteuer. Michael folgt dem kleinen Elf in den Turm. Sie steigen eine Wendeltreppe hoch und gehen an einigen Türen vorbei. Als sie die oberste Etage erreichen, bleibt Purzel vor einer verschlossenen Tür stehen. Eigentlich darf hier niemand rein, flüstert er verschwörerisch. Aber meine Eltern sind nicht da. Sie gehen durch die Tür und sofort bemerkt Michael die blendend helle Lampe des Leuchtturms. Unter ihr ist ein Spiegel, der ihr grelles Licht nach oben zu einer Glaskuppel reflektiert. Die Lampe sieht aus wie ein riesiger Kristall, der ständig seine Form verändert. Neue Spitzen wachsen, andere verschwinden. Was ist das? Michael reibt sich die Augen. Reine Magie, antwortet Purzel. Wir nennen es magischer Kristall. In jeder Taschenlampe ist ein Bruchstück. Er ist vor langer Zeit als Meteorit auf Himmelblau gestürzt. Warum zeigt die Lampe nach oben? Sie leuchtet ins Weltall. So findet deine Taschenlampe den richtigen Weg nach Himmelblau. Soll ich dir mal was Verrücktes zeigen? Klar, antwortet Michael neugierig. Purzel geht zu einem kleinen Tisch, auf dem eine Schale mit Obst steht. Er nimmt zwei Äpfel und kommt zurück. Pass mal auf, sagt er und wirft einen Apfel neben den Kristall in die Luft. Michael will ihn gerade auffangen. Da wechselt der Apfel plötzlich die Richtung und umkreist die Lampe. Das ist ja Wahnsinn, ruft Michael verblüfft. Purzel hat unterdessen einen weiteren Apfel geworfen, der auch in eine Umlaufbahn eingetreten ist. Der innere bewegt sich schneller als der äußere. Das ist ja wie bei den Planeten, stellt Michael fest. Das ist gar nichts, freut sich Purzel und sammelt die Äpfel ein. Dann nimmt er einen und schmeißt ihn direkt in den Kristall. Ohne Verzögerung fliegt er hindurch und taucht auf der anderen Seite wieder auf. Als Tomate. Michael fängt sie auf und starrt darauf. Das war doch eben noch ein Apfel. Bitte wirf sie zurück, sagt Purzel. Vorsichtig wirft Michael die Tomate in den Kristall. Auf der anderen Seite fängt Purzel etwas auf. Es ist eine Kokosnuss. Ich werde verrückt, ruft Michael. Das kann doch nicht wahr sein. Doch, grinst Purzel. Manchmal kommen sogar einfach so Sachen rausgeflogen.